Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Unterhaltung. Dieses Update dürfte Jeremy Renner's, 51, Fans endlich ein bisschen beruhigen. Zum Jahresbeginn hat der Schauspieler seinem Umfeld einen gehörigen Schrecken eingejagt. Der Marvel Star ist nach einem Sturm von einem Schneepflug verletzt worden und zwar so schwer, dass er direkt operiert werden musste und auf der Intensivstation liegt. Vor allem sein Bein soll es bei dem blutigen Vorfall erwischt haben. Sein Management sprach von einem ernsten, aber stabilen Zustand. Jetzt meldete sich Jeremy erstmals selbst seit seinem Unfall sichtbar angeschlagen. Via Instagram veröffentlichte der Hauki-Darsteller vor wenigen Stunden ein Selfie aus dem Krankenhaus. Jeremy sieht darauf ganz schön mitgenommen aus, er hat Kratzer. Er wurde ja, thank you.